»Und wenn dein Chef mal reinkommt und blöd labert, weil du eine Tasse Kaffee trinkst, dann denke an dat Spruch. Arbeite klug, aber nicht hart. Hey, darfst du nur dem Chef nichts sagen. Der ist dann sicherlich knatschig.« »Und wenn dein Chef mal reinkommt, wäre das die erste Mal reinkommt. Vielen Dank.